Haben Sie ein Hüngerchen zwischendurch? Möchten Sie gerne einen vollkommen gesunden und ausgewogenen, balancen Snack, vollkommen auf Bio-Basis? Kaufen Sie Akiamis Dödelpflanzen. Kleine, dreierhängende, pinke Pflanzen. Sieht ein bisschen hässlich aus, ist ein bisschen haarig, aber Sie können es essen, glauben Sie mir. Ist total lecker. Sanft aufschneiden, schälen, ohm, pinke Dödelpflanzen. Kaufen Sie demnächst nur erhältlich bei Akiamis Pflanzenzucht.